Servus und willkommen hier auf dem Kanal von Eis2Tools, hier ist natürlich wieder euer Eis und wir hören uns das letzte Mal in deinem alten Jahr, im Jahr 2018, im neuen Jahr 2019, wahrscheinlich das erste, zweite, dritte, wird es das erste Infovideo geben, dort würde ich so vier, fünf kleine Tipps geben, was sich in 2009 alles sich ändert, was zum Beispiel an Handys kommen, so 14, 15, zwischen 10 und 15 kleine Infos. Ich wünsche euch und euren Familien einen guten Rutsch ins Jahr 2019, feiert gut rein, knallt schön, was auch ihr immer macht, oder wie ihr gut ins Jahr 2019 feiert. Wir werden uns also im nächsten Jahr wieder hören, ich wünsche euch einen guten Rutsch, bis dann, bye bye, euer Eis von Eis2Tools. Bis dann, bis dann, bis dann, bis dann, bis dann.